Hallo, herzlich willkommen auf der Webseite vom Blauen Wunder. Bei KalkX, einer unserer Reiniger, handelt es sich um einen ganz, ganz effektiven Kalklöser, weil Kalk im Wasser, und das ist nun mal unser aller Problem, kostet unser aller Geld. Kalk im Wasser kostet Geld, das müssen wir wissen. Dieser Reiniger, wie alle unser Reiniger, ist ein Konzentrat. Das heißt, meine Bitte an Sie, wenn Sie ihn nutzen, dann bitte immer verdünnt. Die Sprühflasche in jedem Lieferumfang mit dabei, bekommen Sie also so mit nach Hause. Bis zur Markierung Reiniger, den Rest bitte mit Leitungswasser auffüllen, dann haben Sie zu Hause nicht nur einen Kalkreiniger, Sie haben eine Waffe gegen Kalk. Wie effektiv der Reiniger arbeitet, das will ich Ihnen mal ganz, ganz schnell demonstrieren. Und zwar habe ich dazu hier ein leeres Glas, in dem ich jetzt unseren KalkX mal reingebe. Und das, was jeder von uns im Grunde sofort als Kalk identifiziert ist, wenn ich ein Hühnerei nehme. Die Schale, wissen wir alle, ist nun mal Kalk pur. Wenn ich jetzt dieses Hühnerei hier in dieses Glas lege, dann achten Sie vielleicht bitte mal auf die Reaktion, was jetzt hier passiert. Im Grunde ist das hier wie ein Sturm im Wasserglas, das ist ein Tornado. Der Kalk wird augenblicklich angegangen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig in Ihren Geräten, ja, weil die verkalken alle und aufs Dauer wird es halt ziemlich teuer. Kalk im Wasser, nochmal, kostet Ihr Geld. Ja, hier wird jetzt der Kalk gelöst und zwar bis auf die Eihaut runter. Am Ende bleibt einfach nur noch diese ganz sensible, empfindliche Eihaut übrig. Ja, die wird nicht angegriffen, sondern es geht nur an den Kalk. Fürs tägliche Wischen im Badezimmer, ja, zum Entkalken Ihrer Wasserkocher, Ihrer Kaffeevollautomaten, Ihrer Kaffeemaschinen, ja, für die Waschmaschine, für die Spülmaschine. Da ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Da ist Kalk X immer angezeigt, aber auch im Badezimmer halt. Die Armaturen, die Perlatoren der Wasserhähne oder auch die Duschköpfe, weil sehr häufig ist es, Sie kennen es alle, ja, es spritzt nach allen Seiten, der Duschstab, der Duschkopf ist verkalkt. Auch hier entweder direkt reinsprühen, wenn er verkalkt ist oder prophylaktisch. Machen Sie das, was ich jetzt hier mache, mit der verdünnten Lösung. Ganz, ganz wichtig. Machen Sie das bitte zu Hause, ja, so alle vier Wochen einmal. Sprühen Sie ruhig den in die Duschköpfe rein. Der wird von innen gereinigt, der Kalk wird gelöst und so werden Sie dieses Problem des spritzenden Wassers nach allen Seiten weg niemals haben. Kalk X, ein Reiniger für alles, ja. Das ist ein Reiniger, der amortisiert sich nach der ersten Anwendung. Einmal Ihre Waschmaschine damit entkalkt, einmal Ihre Spülmaschine, Ihre großen Teile, Ihre großen Geräte, ja, hat sich dieser Reiniger bereits bezahlgemacht. Alles andere spart mir und vor allen Dingen spart Ihnen in Zukunft wahre Münze. Das ist versprochen. Das blaue Wunder. Qualität schafft Vertrauen.